Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich bin Mikel, mache meinen spirituellen Job seit 18 Jahren und das Ganze in siebter Generation meiner Familie. Und heute Morgen möchte ich in meiner Aufgabe als Coach und Psychologe euch ein bisschen was über Morgenroutinen sagen. Ich habe vor kurzem selber mal meine Morgenroutine, die ich jeden Tag mache, einfach direkt vom Aufstehen an bei YouTube gestreamt und da ist einfach dann ein gewisser Ablauf da, den ich mir angeeignet habe. Und durch die richtige Morgenroutine geht eigentlich dein Tag gleich viel besser los. Deine Stimmung ist nicht gleich im Keller, sondern du hast auch immer etwas, worauf du dich freuen kannst, mit dem du die kommende Zeit verbringen wirst. Besonders vielversprechend ist an der Morgenroutine, wer den Tag richtig beginnt, ist im besten Fall auch früher fertig. Klingt zwar ein bisschen hochgegriffen, kann aber wirklich funktionieren. Und ich erkläre dir jetzt mal genau, was diese Morgenroutine ist und warum man das nutzen sollte, warum du das nutzen solltest, ja. Und die Morgenroutine, ja, die meisten sind froh, wenn sie irgendwie mit halboffenen Augen den ersten Kaffee am Tag schlürfen und dabei möglichst wenig gestört sind. So jeder, der dann sagt, oh, ich bin ein Morgenmuffel, ja, für den ist die Routine nämlich wunderbar. Auf eine Art und Weise ist es nämlich sehr gut, nämlich einen nützlichen und durchdachten Start in den Tag zu haben. Kurz gesagt, du selbst und ein bewusst gestalteter Ablauf in der ersten Zeit des Tages ist dann irgendwann deine Gewohnheit. Und das Gute ist ja, dass sich diese Morgenroutine aus verschiedenen Faktoren zusammensetzt. Zum einen, du wählst sie selbst. Du startest und gestaltest diese Morgenroutine gezielt. Du setzt sie täglich um. Dir bringt sie positive Effekte. Du bist auf deine eigenen Bedürfnisse eingependelt, eingemittelt, eingestimmt und du wirst sie auch langfristig behalten. Vor allem die Anpassung an eigene Bedürfnisse ist ganz wichtig. So muss deine Morgenroutine ja nicht gleich irgendwie mehrere Stunden dauern. Nicht jeder von uns hat ja so viel Zeit, die er verplanen kann. Und die Dauer einer Morgenroutine und der morgendliche Ablauf richtet sich ganz allein danach, wie viel Zeit du dir nimmst, beziehungsweise wie viel Zeit dir auch wirklich zur Verfügung steht. Wenn man jetzt so in Gedanken denkt, oh ja gut, dann will ich jetzt eine Morgenroutine einplanen, dann muss ich ja 90 Minuten für rechnen. Nee, das ist falsch. Also das ist schon mal der allergröbste und größte Fehler, den du machen kannst, sondern nimm dir die Zeit. Es geht einfach immer nur um vielleicht am Anfang zwei, drei Elemente. Später, wenn du die zur Gewohnheit gemacht hast und die zu 100% in dich übergegangen sind, dann kannst du ja immer noch was dazu addieren. Der positive Effekt und der Vorteil liegt einfach daran, dass man zum einen mit schlechten Gewohnheiten bricht und dass man schon immer gleich sagt, Mensch, ich bin ein Morgenmuffel, weil so muffelig fängt dann der Tag eigentlich auch immer an, ja. Also du gehst den Tag schon mal richtig an, ja. Also das heißt, du kannst dich jeden Morgen wirklich schon mal gut gelaunt und gut eingestimmt und vor allen Dingen auch in deiner inner Balance auf den Tag einstellen, ja. Aber du musst dich jetzt nicht aus dem Haus schleppen und zur Arbeit schleppen zum Beispiel, ja. Dann erledigst du viel mehr, weil gleich in der ersten Zeit des Tages mit einer entsprechenden Routine sich deine ganze Produktivität steigert. Kannst dir gerne mal das Video angucken, es ist ein Livestream. Es war wirklich einfach, ich habe einfach die Kamera drauf gehalten, weil ich es mit euch mal teilen wollte, ja. So, das Phänomen der Morgenroutine und die damit verbundenen mega positiven Effekte sind wirklich mittlerweile in der Wissenschaft angelangt. Und ich kann sagen, ich habe ja meinen Bachelor in der Psychologie erst 2017 gemacht gehabt. Und ich denke, ich bin da immer noch gut dran, weil ich mich da auch immer noch mal weiterbilde an verschiedenen Universitäten. Und normalerweise, sagen wir, haben wir so ein Zeitfenster am Tag von etwa drei Stunden, wo wir richtig fokussiert sind, ja. Und das steigert sich zum Beispiel durch eine Morgenroutine um fast das Doppelte. Das ist eine Harvard-Studie und ich freue mich, ich bin im Sommer in Harvard auf dem Summer Class, ich freue mich total drauf. Und war eines meiner Dinge auf meiner Bucketlist zum Beispiel. Und das Schöne ist, dass du ganz anders wahrgenommen wirst. Wenn du in dieser Routine drin bist und die dann mal machst und sie einfach verschiedene Elemente beinhaltet, ja. Dann steckst du da damit natürlich auch andere an. Jetzt darfst du aber natürlich auch sagen, hey, Michael, gibt es denn auch irgendwas, worauf ich achten muss bei meiner Morgenroutine? Ja, Ausreden. Ich mache gestern ein bisschen länger weg oder, ach, das Wetter ist so zum Liegenbleiben. Dann Ablenkungen. Setz dir in der Routine erstmal zwei, drei Elemente, die du dann auch wirklich durchziehst. Ohne Ablenkung, ohne Handy. Dann Hektik. Man kann mal verschlafen, das kann jedem passieren. Dann ist die Morgenroutine, muss nicht zwingend hinfällig sein. Man kann es ja auch kürzen oder zumindest einen Teil davon machen. Aber Hektik zu sagen, jetzt habe ich nur eine halbe Stunde oder so, das ist dann vielleicht doch ein bisschen wenig, ja. So, Planlosigkeit. Das ist auch immer etwas, was ihr unbedingt vermeiden müsst, was du vermeiden musst. Denn Motivation ist super, aber blinder Aktionismus überhaupt nicht hilfreich. Du solltest dir ganz im Klaren darüber sein, welche Ziele willst du mit deiner Morgenroutine denn überhaupt verfolgen. Es gibt ganz viele Beispiele, die dir aufzeigen, wie man Morgenroutinen pflegen kann. Die kann eine Inspiration sein, sollten aber nicht kopiert werden, sondern es soll auf deine Bedürfnisse ganz individuell für dich sein, ja. Dann werde nicht sprunghaft. Versuch nicht zu sagen, oh Mensch, das würde mich jetzt morgens aber eigentlich auch noch interessieren und das bereits so zwei Tage. Nein, versuch erstmal wirklich 22 Tage lang diese Morgenroutine durch, ja, durchzuziehen. Weil dann geht es in deinen Geist einfach auch über. Dann haben wir so, sagen wir mal, klar, wenn man aufsteht, 6.30 Uhr zum Beispiel aufstehen, Zähne putzen, duschen, anziehen. So, dann ein Glas Wasser, Kaffee oder Tee trinken, Frischluft am Fenster, ein paar Dehnübungen machen, frühstücken, so seine To-dos kurz mal ansehen. Und dann aber auch nochmal die Stille haben, bevor du das Haus verlässt. Das sind so fünf Elemente, die recht gut funktionieren, ja. Ja, und wirklich lasst das Smartphone aus, entwickelt kurz mal Zeit für eure Kreativität. Keine E-Mails in der Morgenroutine erstmal lesen, ja. Sondern vielleicht in dein Buch, was du lest, reinschauen in dein 5-Minutes-Diary oder dein Success-Diary oder was du auch immer du hast, ja. Und damit solltest du anfangen. Damit du am Ball bleibst, mache keine Ausnahmen. Such dir einen Partner, der mit dir diese, wirklich auch seine Routinen anlegt. Spreche und teile diese Erfahrungen, die du machst. Also auch von deinen Erfolgen berichten, aber auch natürlich von den Schattenseiten. Nicht übertreiben. Bettelt euch nicht. Es soll ein Austausch sein und kein Bettel, ja. Lass dich auch nicht entmutigen, wenn du es zwischendurch mal doch nicht geschafft hast, ja. Die oberste Maxime ist immer das Wichtigste zuerst machen und dann ein Stück Kreativität reingeben. Und es gibt ein tolles Buch von Robin Schammer, der sagt, wenn man sich die ersten 90 Tage, in den ersten 90 Minuten des Tages einem Projekt widmet, dann werden die Perspektiven größer. Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen ja zum ultimativen Bewusstsein kommen. Und ich hoffe ja auch du. Ablenkungen, Meetings, das ist alles tabu. Auch telefonieren sollte auch keine Morgenroutine sein. Und ich drücke dir die Daumen, dass du deine wunderbare Morgenroutine findest. Denk mal drüber nach und berichte mir gerne. Ich freue mich auf unser Gespräch. Alles ist in den Shownotes unten drin. Klick mal in meinen Member-Bereich. Dann war auch jeden Monat eine Coaching-Aufgabe. Und im März geht es nämlich genau um dieses Thema. Das war schon mal ein kleines Preview. Und ich wünsche dir einen Megastart in den Tag. Dein Michael. Ciao. Das war schon mal ein kleines Preview. 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 Vielen Dank.